hat er das Leben und schickt sie für im Netz patzen haben wir ganz schön der aber auf die Fresse kommen und es geht uns noch immer nicht gut ich hab was vergessen so jetzt hier kommen aus dem Boden raus ohne Vorwanderung an wir kommen aus allen Richtungen verschwinden aber damit sind das schaffen ich muss abkommend abzuhaar und mal schauen ob sie rauskommt komm ich raus komm ich raus komm ich raus die greift mich an während ich versuche die Tür zu öffnen wie scheiße ist das denn wo 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 man haut nicht wieder ab die kommen und hauen wieder ab ich hab keine verfickten was was es sind noch drei scheiß drei von denen oder es sind sogar vier vielleicht man kommt schon ihr scheiß Mädels was haut nicht immer ab ihr dreckten was nein wo kommt die her ich habe keine hellung mehr die Klasse man ich bin tot Leute Klasse super danke Scheiße scheiß kleine verfickte kanadens ja und wir sehen jetzt will ich hab den demo bildschirm noch nie gesehen leute muss ich ehrlich zugeben ich bin den spiel noch nie gestorben eben sind eine sonnenfinsternis ist mundfinsternis ach es egal game world nein ich will nicht die und ich will laden ja ja das will ich laden verdammte scheiße leute mein erstes gemobene spiel das zeigt mir shoppen shoppen vielmehr shoppen solat der grundsatz richtig fett ein mit 30 gräuter medizin ich bin ziemlich sicher braucht die sich jetzt garantiert nicht ich kenne mich doch wo sind jetzt hallo hallo ich hab doch gespeichert leute ihr seht wo wir sind ihr wisst was das bedeutet das bedeutet das bedeutet ja ich habe heute keinen bock mehr ja ich weiß nicht das sind jetzt vier minuten erst zirka und einfach ich glaube diesen part einfach als mini was als fail part hoch ja das ist definitiv ein feld bad für zwischendrin weil ich gestorben bin weil ich nicht gesagt hat weil ich anscheinend nicht gespeichert hat egal wird übernächst mal geht es wieder weiter mit ja von dort vom anderen speicherpunkt ihr wisst was ich meine bis dann tschau